Inmitten von funkelnden Flüssen und majestätischen Bergen lebten in Elandria Mensch und Tier in perfekter Harmonie. Während Wölfe mit Menschen sprachen und Vögel Lieder sangen, feierten alle am Heiligen See Luminar. Elandria, ein Traum von einer vereinten Welt. Hi Freunde, in diesem Video versuche ich aus einem Panoramabild, das ich mit Midjourney erstelle, ein Video mit dem Chat-GPT-Code-Interpreter zu erstellen. Das heißt, ich möchte, dass die Kamera von dem Panoramabild links nach rechts fährt und so eine kleine Szene erstellt wird, die man dann in einem Video benutzen kann. So, dafür starten wir erstmal bei Midjourney. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die fliegenden Tiere. Ich bin jetzt kein Promptmeister bei Midjourney, aber das sollte ausreichend für den Test. Genau, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier das Erste. Dafür klicken wir auf Upscale 1. Genau, dann skaliert er uns dieses Bild hoch. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Bild nach links oder rechts zu erweitern. Wir wollen ja ein Panoramabild erstellen, das heißt, wir klicken erstmal auf links. Genau, und dann werden vier Vorschläge generiert, die wir dann wählen können. Genau, in der Zeit können wir schon mal eine epische Hintergrundmusik suchen. Wenn wir hier das YouTube-Zeichen haben, können wir die Musik frei in den Videos benutzen. So, hier haben wir neue Vorschläge bekommen. Ich finde, die sehen schon alle sehr, sehr schön aus. Genau, lass uns einfach mal hier dieses Festliche nehmen. Das wird dann auch wieder hoch skaliert. Genau, und dann können wir es wieder erweitern. Und genau, jetzt gehen wir einfach mal nach rechts. Das dauert natürlich immer eine Weile. So, und so langsam wird es ja wirklich ein schönes Panoramabild. So, ich habe jetzt im Code Interpreter gesagt, was ich erreichen möchte. Ich möchte mit dir eine Videodatei aus einem Panoramabild erstellen. Der Clip soll 20 Sekunden laufen und die Kamera soll von links nach rechts laufen während diesem Zeitraum. Es soll im Vollbild abgespielt werden. Was muss ich eingeben, damit du diesen Prompt richtig ausführen kannst? So, dann sagt er mir, wir brauchen das Panoramabild selbst, die Auflösung und die Geschwindigkeit des Schwenks. Das heißt, wir laden ihm das Bild hoch. Schreiben ihm, hier ist das Bild. So, ein kleiner Zwischenruf aus den Schnittstudios. Also, ich will euch das Ganze ersparen. Ich habe hier noch viel rumgetestet, hin und her. Aber es kam nicht das Ergebnis raus, was ich wollte. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich die Videos damals produziert habe. Sprich, für Videos, die ich schon mal erstellt habe. Genau, da habe ich eine Vorlage eines großen amerikanischen YouTubers genutzt. Und das zeige ich euch gleich hier auch noch. Nur diesen Teil überspringe ich jetzt mal komplett. Okay, das hat alles nicht funktioniert. Jetzt probieren wir das Ganze mal auf Englisch. Das habe ich vor einiger Zeit mal hier auf dem YouTube-Kanal von AllAboutAI gesehen. Hat er einen fertigen Prompt, den werde ich jetzt einfach nutzen. Genau, hier haben wir den Prompt. Den Link packe ich auch natürlich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr ihn dann kopieren. So, ich habe den ganzen Prompt jetzt hier eingegeben. Lad das Bild wieder hoch. Und dann schauen wir mal, ob das damit funktioniert. Mit diesem Prompt habe ich damals auch schon Videos erstellt. Also eigentlich sollte das funktionieren. Zumindest nach ein paar Anläufen. Genau, für dieses Video habe ich hier die Shots benutzt. Und ja, schauen wir jetzt mal, was hierbei rausgekommen ist. Auf jeden Fall schon mal eine große Datei. Das ist schon mal ein vielversprechendes Zeichen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Also man sieht, auf Englisch funktioniert der Code Interpreter nochmal besser. Ich werde ihm jetzt sagen, dass er das Ganze auf 20 Sekunden strecken soll. Genau, es ist wieder ein bisschen größer. Das ist auch ein gutes Zeichen. Okay, jetzt sehen wir hier, es ist auf jeden Fall nicht smooth. Genau, hier hat er einfach nur die Zeit erhöht, aber die FPS nicht angepasst. Also die Frames per Second, die Bilder pro Sekunde. Und das sollte er jetzt damit machen. Ja, das kann man nehmen. Und jetzt haben wir 20 Sekunden. Er läuft komplett durch das Panorama-Bild. Wunderbar. Na, das wirst du dann auch am Anfang des Videos sehen. So, ich habe das Ganze jetzt mal als Prompt ausspucken lassen, den wir direkt nutzen können, um dieses Resultat zu bekommen. Genau mit der kleinen Änderung, dass wir ein 60 FPS Video bekommen. Anstatt eines 30 FPS Videos. Genau, wir probieren das jetzt einfach mal mit dem vorgegebenen Skript. Müssen wir schauen, ob ihr den Python-Skript so erkennt. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, ich habe diesen Prompt jetzt den Chat-GPT-Prompt hinzugefügt. Den Link findet ihr wie immer auf dem Discord for free. Hier, wenn ihr die Sekunden abändern wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr hier den Skript auch anpasst. Und zwar hier unten haben wir den Part mit der Länge und den FPS. Dann musst du hier die Sekunden eben dementsprechend anpassen, wenn du jetzt nur ein 10-Sekunden-Video haben willst. Genau, das ist jetzt ein sehr langer Prompt, aber das gibt natürlich dem Code-Interpreter direkt den kompletten Kontext und er kann damit arbeiten. Na, wir haben es gerade getestet, es hat funktioniert. Also, nimm einfach diesen kompletten Prompt und schmeiß ihn in den Code-Interpreter. Dann sollte es funktionieren, wenn du ein Panoramabild hochlädst. 60 FPS sieht einfach nochmal ein bisschen eleganter aus, ein bisschen smoother als 30 FPS. Genau, teste es gerne und schreib mir, ob es bei dir funktioniert hat. So, das hat jetzt relativ lange gedauert. Länger, als es mir lieb war tatsächlich. Aber jetzt haben wir hier den fertigen Prompt. Und ja, schreib mir gerne mal, was du von dem Resultat hältst. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.